So, waren alle Spiele im Trend und Brickforce Zockerfreunde, es geht wieder mal los und weiter hier in Brickforce mit meiner neuen Waffe, die Lightning 2 auf einer Map, die nennt sich Mosquee, soll eine Moschee sein, auch eine sehr offene Map, ich habe gelesen, die soll eher für die Sniper auch sein, aber ich habe jetzt keine, ich teste die Map hier noch aus mit der Waffe, ich fand die Map einfach genial, anzusehen irgendwie, die sieht wirklich hübsch aus, das, ich weiß wie viel Arbeit es ist, Dächer zu bauen, das war sicher sehr viel Arbeit, so, wer lädt da schon wieder, das kann ja wohl echt nicht sein, wieso, wieso müssen die Leute immer so lange laden, wer schreibt hier nicht im Chat, sondern immer einfach testweise kicken und, oh mein Gott, jawohl, Jerry D. Van war das Problem anscheinend, So, ich habe nämlich keine Lust hier zwei Stunden zu warten, wow, okay, also so, auf die Distanz gegen jemand anderen, der auch so eine Waffe hat, lohnt sich die Waffe auf jeden Fall und wieder getroffen, ist gar nicht mal so schlecht, wie kommen die Leute da rauf? Ja, man braucht immer nur die richtigen Maps auch für die Waffen, los, komm, zeig, zeig noch einmal dein Gesicht her, ja, jetzt geht er woanders hin, Gut, also, was geht hier ab bei der Map, wie kommt man da wohin, man kann hier auch raus, oder wie? Ah, komm, 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 einmal noch, zeig dein Gesicht nochmal, ich weiß, du willst das auch, tu es, ich weiß, du willst das, gut, also hier, habe ich gerade jemanden gesehen? Ah, hier schieße ich mir mal was frei, schauen wir mal, schauen wir uns das Ganze mal von draußen an, oh, wow, 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 okay, so sieht es aus im Schneckenhaus, kommt man da auch irgendwie rauf? Ah, eine Leiter, sehr beeindruckend auf jeden Fall, das muss man schon sagen, sehr schön gebaut, da hat man sich wirklich was gedacht dabei, Aber wie gesagt, eine sehr große Fläche, wow, das war die Sniper, das war die Sniper, ja, wie gesagt, Sniper haben es da leicht auf dieser Map, aber es muss auch so irgendwie was werden, man muss nur irgendeinen Weg finden, oh, ich sehe hier ein Gesicht, ich sehe, wow, wieso haben die, haben die alle schon gewusst, was hier mit der Map abgeht, weil die alle die Sniper genommen haben, ja, mal schauen, ich, ich versuche jetzt da mal rauf zu gehen, wo war jetzt dieser Leiter? Die war da irgendwo in der Mitte, genau, hier war sie, schauen wir mal rauf, oh, wow, Schilling kann ich in einen Clan, ist eine Frage, die sehr oft im Spiel gestellt wird, und nein, ich kann nicht im Clan, im Clan einladen während einer Spielrunde, aha, 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 wow, wie, wie schlecht treffe ich gerade, wow, Wow, man kann sogar aufs Dach hinauf und hier hinunterschauen, heftig, ich war noch nie auf einer Moschee oben, naja, bis zum heutigen Tag, ah, hier oben, danke für deine Lebensrettung gerade, wie kommt man da jetzt rauf, warte, auf deinen Kopf, lass mich auf deinen Kopf springen, wo bist du? Ja, los, tu es, do it, wow, wo spawnen die? Die Hale, da spawnt ja jeder random irgendwie, da gibt es gar keine Seite für ein rotes und blaues Ziel, gehört der zu mir oder nicht? Oh, Hilfe! Ah, 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 boah, heftige Map, auf jeden Fall, uh, und da ist schon wieder jemand, aber die Waffe macht ordentlich viel Schaden, jetzt, nachdem sie noch geupgradet ist, ich glaube, ich werde die mal lassen oder ab und zu einfach wechseln, mal BR4, mal die hier, ja, ich weiß, sie heißt nicht mehr BR4, aber wen interessiert das schon, wie die heißt? Von wo war das jetzt? Von wo hat der wer geschossen? Hier gibt es ja so viele Möglichkeiten, wo man hin kann. Wo? Hier oben sehe ich jemanden. Da ist irgendwas. Da ist was im Busch. Hier, hier, hier. Jawohl, da war aber noch jemand. Nein, ah, oh, ah, hi. Oh. Genau, ins Kreuz. Oh mein Gott, verwundeter Soldat. Ruft einen Medi. Ich brauche Hilfe. Autsch. Das war schon wieder irgendein Sniper. Oh, da ist ja ein Sniper, der True HD. Ah. Hm. Dübel. Vielleicht sollte ich mir auch mal wieder den Sniper kaufen und die ausprobieren. Ah. Wäre auch eine Möglichkeit. Was steht hier? Er ist so AFK. Das ist eine Zeit für Hammer Time, Hammer Time, Hammer Time, Hammer Time. Ja, Hammer Time. Ich habe ihn erwischt noch mit dem Hammer. Da wollte mir jemand fast einen Strich durch die Rechnung machen. Aber das lasse ich nicht zu. Aua. Autschi. Autschi, Baba Autschi. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Wieso ist das jetzt eine Kiste auf einmal? War die vorher auch schon da? Ah, so kommt man rauf mit dieser komischen Kiste. Die hat anscheinend irgendjemand weggeschossen. Yes. Wie köstlich ist die Aussicht denn? Da war jemand. Da war... Oh, jawohl. Bis er mich gesehen hat. Ist er schon längst tot. Ich mag die Map. Ich mag die Map. Sogar auch mit dieser Waffe lässt sich die Map recht gut spielen. Da ist wieder eine Kiste. Wenn ich jetzt böse wäre, könnte ich die wegschießen. Dann kommt da niemand mehr rauf. Oh, gleich bin ich ganz oben. Gleich bin ich ganz oben angekommen. Da steht auch schon einer von uns. Der Dobio. Kann der da wirklich runterschießen? Oh, das ist ja ein Traum eines jeden Snipers eigentlich. Also was besseres kann man sich ja gar nicht wünschen als Sniper hier. Hier haben wir noch jemanden. Jawohl. Also hier oben gefällt es mir. Da bleibe ich. Das Problem ist nur, dass die Spieler so klein wie Ameisen sind und ich hier kaum was sehe. Oh oh. Jetzt wurde der weggefetzt hier. Aber von wo? Von unten? Oh oh. Angst. Hier. Oh, nix getroffen noch jetzt. Komm, treffe ich dann. Dann aber richtig. Na gut, schau. Die leuchten ja so richtig. Diese Bricks. Eine göttliche Map. Einer göttlichen Eingebung. Hier, hier, hier. Ein Kopf, ein Kopf, ein Kopf. Ein Kopf, ein Kopf, ein Kopf. Aha. Den habe ich vorher gekillt. Der hat wahrscheinlich gesehen. Aha, ich bin ganz oben. Da muss ich auch rauf. Und zwei Granaten hätte ich auch noch. Lege ich dem da. Wow, wieso fällst du nicht runter? Hallo Brickfoss. Kennst du die Gesetze der Schwerkraft? Ja. Eben. Das war ja... Das war gerade... Ah, wo bist du? Ah, wo bist du? Ah, wo bist du? Wie habe ich das überlebt? Wie habe ich das überlebt? Danke, Kollege. Wer war das? X dein Vater. Danke schön. Danke schön. Da, 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 danke schön. Boah, das ist immer der Moment, wenn man... Wenn man getroffen wird und nicht sofort sieht, von wo. Da geht der Puls gleich auf 180. Was ist, was, was ist das noch? Da kenne ich mich zu wenig aus. Vielleicht ist es irgendein Zeichen. Oh, oh, das mache ich wahrscheinlich gerade hier zum Affen. Von welcher Seite muss man sich das dann ansehen? Äh, schwebt dieses Teil hier? Ja, das schwebt. Das wird nur noch von diesen gläsernen Sachen gehalten. Ah, das ist einer von uns. Hier haben wir jemanden. Komm, 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 komm. Nein. Ja. Wow. Wow, das war knapp. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass jetzt gleich jemand hochkommt. Ich habe es gewusst, als ob ich es nicht geahnt hätte. Ist ja wohl klar, dass die uns irgendwann hier unsere Party versauen wollen und dann nach oben kommen. Hm, aber die Map ist wirklich groß. Obwohl es eigentlich nur ein Gebäude ist, muss man sich mal vorstellen. Das ist ja nur hier diese Moschee und das war es schon wieder. Wow, Schüsse, Schüsse. Ich höre Schüsse. Schüsse sind immer gut. Je nachdem. Hm, vielleicht mal Seite wechseln. Ah, da kommt man nicht durch. Hm, wie mache ich das? Ich ziehe mal die Laufstiefel an. Hier, ah, hier, 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 hier. Gerade respawned. Komm. Ah. Nein. Ja. Das war meiner. Das war meiner. Ah, von hinten, von hinten. Oh, schon wieder gerettet. X, dein Vater. Haben wir hier noch jemanden? Hm, ich glaube, ich muss hier wieder unten. Nach unten, weil unten spielt die Musik irgendwie. Oben geht es gar nicht so ab hier. Ah, Schüsse, 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 noch mehr Schüsse. Hier, hier, hier. Oh, jetzt ist es mal passiert. 21.5.3, naja. Aber wir führen, das ist gut. Ja, so geht es auch. Einfach mal sterben und dann ist man auch wieder unten. Hm, wie komme ich da rein? Hier. Oh, Leichen fallen um. Ah, hier, hier, hier. Feind gesichtet. Feind getötet. Das heißt, jetzt haben die anderen praktisch die Moschee oben eingenommen. Da müssen wir jetzt besser aufpassen. Da war auch gerade jemand. Hallo, wieso schießst du mich ab? Ich schieße lieber hier oben. Ah, ha, 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 ha. Oh. That's true HD, dieser Sniper. Böse, böse. Antwort bitte. Ja, ich bekomme so viel, so viel Nachrichten. Ich kann hier nicht antworten. Vor allem, ich spiele gerade. Ich weiß nicht, was macht man so eigentlich, wenn man Brickforce spielt? Ah, man spielt Brickforce. Das ist ja mal schlau. Man spielt. Also, wer chatten kann und so ein Match gut spielen, der bekommt von mir ein Eis. Er bekommt wirklich ein fettes Schokoladen, Erdbeer, Vanille, alles, alles, was dazu gehört. Mit Schokosauce und noch Mandelstreuseln drüber. Ich kann nicht chatten und gut spielen. Ich kann entweder chatten oder gut spielen. Und wenn ich spiele, dann chatte ich nicht. Ich chatte im Chatroom draußen, aber nicht hier. So schaut's aus im Schneckenhaus. Ah, Moment, da müsste ich irgendwo rüberkommen. Jawoll. Ah, der True HD, der hat die Sniper, der hat die Sniper. Und ich habe zwei Granaten, die er jetzt schlucken muss. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Oh, er ist tot. Schade, jetzt wollte ich ihn haben. Hier ist er gleich nochmal. Yes. Von oben schon wieder. Hier, hier, hier. Nein. Ja gut, das ist eigentlich Selbstmord, wenn ich mich hier in die Mitte des Raumes stelle, beziehungsweise der Moschee. Ja, mit Respawn-Schutz kann man auch übrigens noch von so gewaltigen Höhen runterspringen. Ohne, dass man Schaden nimmt, ist ja logisch, mit Respawn-Schutz nimmt man ja keinen Schaden. Oh, da treffe ich ja mal gar nichts. Da laufe ich lieber außen rum und gehe zu ihm hin. Oder hier, hier geht's auch. Hahaha. Der hat mich gerade vorhin umgelegt. Jetzt gibt's die Rache. Dauert manchmal wirklich lang mit der Waffe, aber man muss bedenken, wirklich, das sind ja riesige Distanzen. Und ich bin auch nicht so der gute Shooter, was das Aimen angeht, also das Zielen. Auch wenn's hier recht leicht ist eigentlich. Wow. Hallo? Geht's noch? Was nimmst denn du? Ich schieße ja die ganze Zeit aufs Gitter. Da geht kein Schuss auf ihn. Ich treffe gar nichts. Boah. Geh mal wieder kurz raus. Huh. Wo sind alle Leute? Das sind ja acht Leute, müssen da irgendwo sein. Wo lungern die alle herum? Oh, letzter Kill schon. Wo? Ich will ihn, ich will ihn haben. Ich will den letzten Kill. Wo ist noch jemand? Ich will den letzten Kill. Bitte lass es mir einmal. Nie bekomme ich ihn. Nie bekomme ich den letzten Kill. Jo, aber die Map gefällt mir gut. Und auf der werde ich definitiv mal eine Sniper einpacken und dann schauen vielleicht. Wie viel kostet denn eine Sniper? Boah. 20. Oder die Cobra. 42. Oh, wer nimmt... Wer nimmt eine Sniper, die nicht 100% Schaden hat? Jo, die Boah kostet 41.000. Wow. Okay, aber ich meine, ich habe die Punkte. Vielleicht kaufe ich sie mir mal. Weil jetzt mit dem Update hat sich ja einiges geändert. So, was die Sniper auch angeht. Mit der Rüstung und so macht man nicht immer gleich einen One-Shot. Mal schauen. Aber auf so einer Map lohnt sich natürlich eine Sniper tausendmal mehr. Wenn ich da... Dum, 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 ah, nicht getroffen. Dum, 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 ah, nicht getroffen. Ja. Hole ich mir vielleicht bald. Muss ich noch mit mir überlegen, ob ich mir dann bald eine Sniper hole.